Es freut mich, Sie kennenzulernen, Abby. Was kann ich für Sie tun? Es fällt mir sehr schwer, darüber zu reden, wissen Sie? Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Also, ich glaube, ich habe Bulimie. Ich verstehe. Ich weiß nicht. Ich stoffe einfach alles wie verrückt in mich hinein. Ein Haufen von Burritos, Pfannkuchen, Tüten gefüllt mit Chips, ein Eimer voll mit Pommes, Sandwich beschmiert mit Marshmallow-Creme und Mülltüten gefüllt mit Popcorn. Und danach? Danach fühle ich mich einfach grauenvoll und eklig und abartig und hässlich und ich könnte einfach nur noch... Sie übergeben sich. Was? Was ist ergeben? Sie erbrechen, Sie kotzen. Ich weine. Warum sollte ich kotzen? Naja, Sie essen und dann kotzen Sie. Das ist Bulimie. Das ist wirklich eklig. Oh, dann muss ich Ihnen sagen, dass Sie keine Bulimie haben. Wirklich? Das ist ja so eine Erleichterung für mich. Ich bin ja so... Fett. Wow, okay, gut. Oh Gott, ich hatte ja so eine Angst gehabt, wissen Sie? Sie sind ein wirklich richtig guter Psychiater. Hey, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unpassend oder so, aber würden Sie vielleicht mit mir ausgehen? Nein, danke, ich gehe nicht mit fetten Hühnern aus. Oh. Sorry. Nein, nein, ist schon okay. Oh, okay. Okay. Ich gehe nicht mit mir aus. Ich gehe nicht mit mir aus. Untertitelung des ZDF, 2020